So, jetzt kommt wohl die Ultima-Waffe, ne? Hallo Ultima. Da ist er. Die ist schon ein bisschen größer als der Gaius selbst. Aber schön, Gaius Kopf hat sie oben drauf. Das ist schon eine coole Rüstung, der Junge. Obwohl mir die weiße von seiner Lakaien da, die wir vorhin getötet haben, schon besser gefallen hat. Lass mich dir wahre Macht zeigen. Hups. So, Helm geschlossen. Bleibt er da oben drauf stehen? Oh, da hüpft er da rein. Da hüpft rein. Ich hab schon gedacht, das wird der ja niemals aushalten. Ach, die wird wirklich gelenkt. Okay. Das ist wahrscheinlich viel Ausweicherei jetzt, ne? Ach, wieder ein Fahrstuhl. Die grenzenlose Macht der Ultima-Waffe. Okay. 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 So, ich bin da. Wollte schon sagen, irgendwelche Laser, ne? Das ist normal, dass sie so viel HP hat. Ist ja krass. Im Vergleich. Okay. Ausweich. Wollt. Ja, jetzt geht's ein bisschen runter. Schönen Feuerrückstoß. Gut. Nein. Scheiß Rotation. Oder warum Abbruch? Okay. Ich habe hier noch eine zweite Phase. Das sieht nicht so aus. Na gut, Gaius muss ja auch noch irgendwie kommen, außer der haut dann ab. Okay. Wie kann das sein? Oh nein. Warum zeigt die Waffe keine Wirkung? Sie ist doch die absolute Waffe. Tja, entscheidend auch nicht. Wie kann ein Abenteurer ihr widerstehen? Durch die Kraft des Lichts. La Hapria. Ja. Ja. Ah. So ist es. Willst du den Schild des Lichts durchbrechen, so brauchst du eine Axt der Dunkelheit. Und diese gebe ich dir in die Hand. Der Ultima-Waffe, wahre Kraft, die ich dir noch nicht offenbarte. La Hapria, ne? Kleiner Drecksack. Wahre Kraft? Was meinst du? Selbst die Allager verstanden ihre Macht nur ansatzweise. Das Herz dieser Waffe ist die gebündelte Kraft der Dunkelheit, Sabik. Unfassbar mächtige Magie lag für Äonen verborgen tief in ihrem Kern. Welche Magie? Etwas von unvergleichlich großer Macht. Die Ultima-Magie. Die Ultima-Magie. Mhm. Jetzt hat er sich doch ausgedacht. Die Primae aufzusaugen diente nichts anderem als der Rückgewinnung ihrer inhärenten Kraft. Die Verwirklichung ihres Potenzials. Nun schlägt das Herz der Ultima-Waffe. La Hapria, worauf willst du hinaus? Ja genau, sag's mal. Ich will den wahren Gott erstehen lassen. Erstehen? Heißt das nicht Entstehen? Was? Verdammt seist du Arscher? Entfessle deine Macht, Ultima. Lass uns einen flüchtigen Blick erhaschen auf des einzigen Gottes Macht. Oh mein Gott. Es Bebes helft der sieben bei allen tiefster Schlund. Erhebe dich. Es tue dunkler Wirbel deine Kräfte kunst. Sei entfesselt, Ultima! Boom. Boom. Alles klar. Allmächtiger. Nö, wo ganz anders. Natürlich. Oh, eine Glüte. Gut. Ja, Brea. Du bist für ein paar Antworten schuldig. Aber lass mich zuerst diese Läuse hier zerquetschen. Nun, wer von uns wird nun der Bessere sein? Wir. Cooles Szenario. Mit dem Feuerring. Keine Ahnung. Magma-Scholle. Keine Ahnung. Lava-Scholle. Und let's fight. Das Porta Dekumana öffnet sich erneut. Gut. Wie sie alle brav warten. Finde ich so nett von euch. Keine Ahnung, wo ich für WoW so viele Leute getroffen hätte, die mir sowas ermöglichen, das einfach so zu spielen und das irgendjemand nörgelt. Jetzt macht er schon ein bisschen Öffnen, die Scheiße hier, ne? Oh. War die Drohnen kaputt? Okay, ich hab gedacht, die spawnen bestimmt instant wieder. Ich hab keine Mana mehr. Okay. Oh. Ah, ich will auch meinen Dienste durchziehen. Ich will auch, wenn ich's wieder Mana bekomme. Ich will auch meine Dienste durchziehen. Ach, ich will auch meine Dienste durchziehen. Jetzt geht er steil, ne? Jetzt stirbt er. Ich hoffe, das kommt noch mal so. Keine Ahnung. Dass er irgendwie in Rage geht oder sowas. Ist ja gut jetzt, es ist vorbei. Ja, woher kommt deine Uneinsichtigkeit, junger Mann? Die Spirale, durchbreche du nicht mehr, junger Mann. Was leugnest du? Die Wahrheit, obwohl du deine Fähigkeiten kennst. Zack. Jetzt wird er wieder lieb, ne? Wo bin ich? Was ist passiert? Wie kümmerlich. Oh, doch nass. Du wolltest Stärke und ich habe sie dir gegeben. Aber du bist nur ein einfacher Sterblicher. Die Ordnung dieses Gestirns ist gestört. Wenn das so bleibt, wird nicht nur der Planet, sondern die gesamte Ätherwelt, die Gesetze der Existenz selbst, im Chaos entarten. Und die Wurzel des Übels ist Heidelin, der Krankheitsherd. Dem Planeten zuliebe muss dieser schwelende Herd ausgemerzt werden. Und dazu muss der Echte, der wahre und einzige Gott neu erstehen. Für die Herrschaft des Absoluten, des Meisters der Asiens, muss alles zerstört und zerschmettert werden. Dafür müssen die Primae gerufen werden. Und eure Spielchen, sie zu jagen und sinnlos zu äther zu zerstäuben, statt sie dem absoluten Gott zu überlassen, stören uns dabei. Euer kleines Talent soll zusammen mit dieser Feste untergehen. Will er jetzt machen? Will er sich selbst mit uns zusammen zerstören, oder was? Aschieren. Aschieren. Müssen wir den auch noch bekämpfen. Euer Licht wird im ewigen Dunkel verlöschen. Endboss nach Endboss. Alles klar. Typisch Final Fantasy, ne? Abschluss Final Fantasy auch immer. Boss hinter Boss. Batz, Batz. War zumindest bei 3 und 4 so. La Hapria. Natürlich direkt mal ein Dunkel im Orbis auf mich. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin doch der Schwächste in der Gruppe. Ich bin der Schwächste in der Gruppe. Ich bin der Schwächste in der Gruppe. Okay. Und P2. Haben wir jetzt mit unserem Kristall abgeschossen? Willst du das Dunkel durchtrennen? Benutze die Klinge des Lichts. Geil. Was hast du vor? Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Das Licht. Es ist das Band zwischen ihnen. Das ist wohl weg. Herzlich ein Glückwunsch. Jetzt geht das Spiel jetzt richtig los. Was habt ihr auch gesagt? Ich hab gesagt, ab Level 20 geht es richtig los. Ja, ihr habt ja auch recht gehabt. Ja, Story 2.0 abgeschlossen. Alles klar, tschüss. Na, Spaß. Ja, cool. Auf jeden Fall viel, viel Dank an alle, die hier dabei waren. Hat echt Fun gemacht. Könnt ihr euch ja demnächst auf YouTube nochmal angucken. Oder hier in den Highlights. Aber ihr kennt das ja, habt ihr es ja bestimmt alle schon 10.000 Mal gemacht. Sagt man ein Screenshot. Wir können das auch geil einfach nur. Yeah. Haha, geil. So ist es auch schön. Ja. Hab ich gut, viele Screenshots für die YouTube-Folgen. Sehr cool. Ja, ich hab Ausgang gedrückt, passiert nix. Ist jetzt das Letzte raus oder was? Oder ist mein Internet abgekackt? Hallo, hallo. Ach so. Ich hatte das Interface nicht an. Jetzt wird ein Shoot raus. Dann genießt du die Sequenz. Gut. Geht für eine etwas längere YouTube-Folge. Die geht schon durch knapp 30 Minuten jetzt die Letzte. Aber das kann ich jetzt nicht extra machen hier. Na, lass mich so kurz zu. Okay. 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 Da ist sie ja wieder, unser Schatzi. Hat es doch überlebt. Die Weltübergreifung-Gruppe wurde aufgelöst. Danke nochmal an alle, die dabei waren. Richtig nett. Daumen hoch. Geil. Guck mal einer an. Mein Traum ist zerstört. Seht. Okay, jetzt hat es ihn aber gefetzt. Hör hin. Fühl es. Denk nach. Krieger des Lichts, den der Kristall leitet. Dein strahlendes Herz hat für diesmal das Dunkel gewandt. Milady. Doch die Finsternis wurzeltief in vergessenen Winkeln der Welt. Der dunkle Gott hart seiner Stunde. Wird er nicht getilgt, wiederholt sich der Kampf. Und dann mag das Dunkel ob siegen. Der Beginn ist gemacht. Eosea ist durchflutet von Licht. Dein glorreiches Leuchten wird sich der einst millionenfach spiegeln. Gesteigert zu geleißender Kraft. Nimm meinen Segen und Dank. Du wirst die Welt führen, Krieger des Lichts. Und die Hoffnung in alle Herzen tragen. Schön. Alle Kämpfer der Bruderschaft sind draußen. Ende. Ende. Keine Einziger gestorben. Respekt. Geiler Krieg. So musst du machen. Wo bleibt er denn? Sid? Nach immer nichts. Die Kontaktperle ist tot. Keine Chance. Das sieht nicht gut aus. Naja. Er schafft es. Ganz bestimmt. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Sid, kannst du nicht die Enterprise startklar machen? Dort drin ist einer von uns. Ein Krieger des Lichts unserer Zeit. Wir dürfen ihn nicht verlieren, wie damals die Helden von Cartenot. Das weiß ich doch. Aber da fliegt gerade alles in die Luft. Was sollen wir nur tun? Keine Ahnung, Alfie. Oh, Heidelin. Kristall des Lichts. Bitte führe ihn aus dem Dunkel. Beten ist gut, ja. Betet mit ganzem Herzen. Denkt an diese tapfere Seele. Da! Da, da, da. Kein Spaß. Schöner Absprung zum Schluss, oder? Muss eigentlich kommen. Man sieht es von außen. Schöner Absprung, komm. Klar. Geil. Der Klassiker. Der Krieger des Lichts. Was für ein Teufelskerl. Tankred. Tankred. Tankred ist bei ihm. Auch cooler Screenshot. Neh mal mit. Ups. Jetzt habe ich den Screenshot-Ordner geöffnet. Wow. Nicht zu fassen. Heidelin, sei Dank. Willkommen zurück. Fuck. Yeah. Cooles Ding. Würdiger Abschluss von 2.0, ne? Was ist denn hier eigentlich los? Alles voll mit Krümeln hier. Jetzt kehren wir noch zurück natürlich. Verkünden die frohe Kunde. Du hättest uns beinahe auf dem Gewissen. Das musst du gerade sagen. Den Göttern sei Dank. Na, lief doch alles glatt. Krass, mit Abspann. Könnte man ja wirklich denken, man hat das Spiel durchgespielt, ne? Tankreds dunkler Kristall wurde vernichtet. Aber ich glaube nicht, dass wir da mit La Habrea endgültig los sind. Und selbst wenn, es gibt noch andere Aschians außer ihm. Was haben sie nur vor? Wie wollen sie diesen absoluten Gott erwecken? Sicher ist nur eins. Die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Wir müssen wachsam bleiben. Doch wir haben Zeit gewonnen, und das ist ein Grund zur Freude. Beobachtest du uns, Großvater? Wir sind dem Ideal ein Stück näher gekommen, für das du dein Leben gegeben hast. Dem echten Frieden. Großvater. Ist schon schön, ne? Dann ist er immer wieder hell. Die Ultima-Waffe der Galea ist zerstört, und die Aschians sind vertrieben. Damit kann Eosea erst einmal aufatmen. Das haben wir unserem tapferen Helden und dem Bund der Morgenreute zu verdanken. Und euch. Im Angesicht der Gefahr hat er Eosea gerettet und die Dunkelheit zurückgedrängt. Er war unser untrügliches Auge und unser allesbezwingender Arm. Eosea wird noch von vielen Gefahren überschattet. Die wilden Stämme und ihre Primae bedrohen uns, und innere Streitigkeiten belasten die Stadtstaaten. Den galläischen Wolf haben wir vielleicht zur Strecke gebracht. Aber seine Meute ist blutdürstig wie zuvor. Aber wir zittern nicht im Angesicht der Gefahren, solange wir ihnen vereint die Stirn bieten. Und der Bund der Morgenreute uns hilft. Und die Abenteurer uns die Treue halten. So lange haben wir nichts zu befürchten. Vereint sind wir stark. Seit der Katastrophe waren wir alle viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir hatten vergessen, dass die Stadtstaaten Teil Eoseas sind. Eosea ist die Heimat von uns allen. Frieden kann es nur für alle oder keinen geben. Deswegen haben wir eine Übereinkunft getroffen. Die staatlichen Gesellschaften sollen mit neuer Stärke an einem Strang ziehen. Nicht zu ihrem eigenen Wohl, sondern für Eoseas glorreiche Zukunft. Vertrauen wächst nicht über Nacht. Doch ich bin fest davon überzeugt, dass wir unsere kulturellen Unterschiede überwinden und vereint handeln werden. Eosea wird eins werden. Die Schlacht von Kartenow und die siebte Katastrophe haben uns schwer gezeichnet. Viele Helden sind gefallen. Das dürfen wir niemals vergessen. Kein Sieg kann die Toten zurückbringen oder die Narben verschwinden lassen. Trotzdem leben wir im Hier und Jetzt. Und wir haben eine Zukunft, für die es sich zu leben lohnt. Wir müssen das verwirklichen, wofür unsere Freunde ihr Blut vergossen haben. Admiral Melweber, das geilste Charakter irgendwie. Im leuchtenden Beispiel der Krieger des Lichts folgen. Brüder und Schwestern, vereint euch und nehmt Eoseas Schicksal in eure Hände. Vor fünf Jahren erlebten wir das blutige Ende der sechsten Ära des Lichts. Die siebte Katastrophe brachte Tod und Zerstörung. Doch nun werden wir Zeugen eines Neubeginns. Dies sei der Beginn einer neuen Zeit im Licht des Kristalls. Die siebte Ära des Lichts ist gekommen. Und Eosea neu gewohren. Klasse. 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 Okay, jetzt kommt wahrscheinlich nichts mehr, ne? Außer Abspann. Kann ich wahrscheinlich wegklicken, oder? Das muss man sich jetzt nicht mal komplett angucken. Oder kommt noch irgendeine Videosequenz? Sagt mir das mal kurz. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Noch ein paar geile Bildchen und das war's. Mit Mamucke. Jetzt check mal, da kommt nichts mehr. Danach kommt noch was? Okay. Dann lass ich's mal laufen. Aber ich kann den Abspann überspringen. Überspringen, ja. Das ist ja auch geil. Alter, da haben da viele Leute mitgearbeitet. Der Abspann ist der Beste? Warum ist er der Beste? Ich kann den Abspann mitgearbeitet. Sind das die Spieler, die bis zum Ende der Version 1.0 gespielt haben und dann mit rüber gegangen sind? Oder alle, die sie jemals gespielt haben? Weil dann würde ich auch drin stehen. Aber nicht für 200 Euro, oder? Vorbestellt. Collectors Edition, oder was? Ihr Wahnsinnigen. Das gibt eine verdammt lange YouTube-Folge. Boah, die dauert mit dem Hochladen. Nein, das habe ich glaube ich nicht. Dann stehe ich doch nicht mit drin. Boah, cool, dass die Leute, die sich das drei Monate angetan haben, dadurch geehrt werden. Sehr cool. Aha. Eine neue Gefahr. Nichts mehr mit Licht, ne? Alles in Ordnung? Oh oh. Eine Drache? Hilfe! Das klingt ja schrecklich. Was geht da vor? Das kann nichts Gutes bedeuten. Oh, das ist ja cool. Ein Primae. Es ist ein Primae. Er ist erwacht mir. Es besteht kein Zweifel. Oh, yeah. Oh, yeah. Kasbah-Mulbub. Kasbah-Mulbub. Van-Azaz-Mulbub. Allmächtiger wie düster. Sie überlegt, wie das Spiel angefangen hat. Fanz hat Loppa. Ekoi hat Shavadon-Sul. Og-Dom. Wee, next stop, she move. She only can stop us with Pjal. Krass. Wo ist denn ein paar? Da kommen wir mit Tachanasus und Frauen. Zodiac, unseren Gebieter. Alles klar. Dies ist der Anbruch einer neuen Ära des Lichts. Okay. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Wer hätte das gedacht? Ja. Geil. Und wir sind hier im, äh, äh, Sonnen, Sonnensturm wollte ich schon sagen. Sonnenwind. Ähm. Gut. YouTube out. Gut. 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 Gut.